So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stigibusiness. Mein Stuhl macht nochmal nicht, was er soll. Wir bearbeiten jetzt die nächsten fünf Bestellungen. Ja man, einmal. Aha. Und die ersten Glitzersticker werden bestellt. Oh ja, voll geil. Voll geil. Uh, Erdbeereis, zwölfmal. Ja. Gut, dann wieder rüber. Und zwar Halloween sechsmal. Hallo? Ahaha, Samo ist ja leer. Ich hab's ja leer gedruckt, äh, leer gemacht. Wollen. Huch, wie konnte das passieren? Äh, okay. Wie konnte das nur passieren? Und eine Halloween-Tasse. Hm, was für Goodies könnte ich denn holen? Hm? Was für Goodies könnte ich holen für in die Päckchen rein? Da einmal, das zweimal, das zweimal. Ich brauche Goodies. Bestellungen sind aus. Ich würde sagen, das ist dann, ne? Ich find's blöd, dass man das mit Herzen nicht machen kann. Ah, okay, was ist das? Ach, der Umrandung, die Umrandung. Umrandung. Hm. Die Umrandung. Umrandung. Hm? Okay. Hm. Ich wünschte... Okay, die Bonbons habe ich ja gemacht. Ich wünschte nur, ich könnte den Karton anders machen. Geht das? Okay, Eis muss ich auch nochmal drucken. Und Hundi schon wieder. So, Hundi. Machen wir einmal. Zweimal. Dann ist Eis. Das Eis. Drucken wir auch. Zweimal. Gut. Okay. Okay, los geht's los. Hundi. Einmal... Zweimal Cute-Tasse. Einmal Halloween. Sechsmal Eis. Und zweimal... Bärli. Ach, schon wieder vergessen. Okay. So. Viermal Eis. Dann hier. Dann Bonbon. Hier Bonbon. Verpacken. Ich brauche mehr. Mehr Bonbon. Äh... Okay. Hundi. Ach, Bonbon schon wieder vergessen. Ja, das ist eine Bestellung. Perfekt. Und dann... Würde ich sagen... Ist aus die Maus. Goodies. Das und Holz. Los, los, los. Nächstes, please. So. Die süße Tasse. Fünfmal Eis. Bonbon dazu. Ich habe nicht mehr viele Bonbons. Die muss ich kaufen. Okay. Okay. Vier von denen. Und vier Halloween. Bonbon. Dadam. So. Jetzt gibt es leider keinen Bonbon mehr, weil ich muss sie erst kaufen. Äh... Neun Tassen. Äh... Nein, eins zu viel. Okay. Okay. Avocado muss ich nochmal drucken. Oh, sieben Eis. Das ist gut. Ne. Doch, ist es da. Da ist es da. Oh, die Sticker kommen scheinbar doch sehr gut an. Die Klitzerdinger. Die Klitzerdinger kommen an. Die kommen gut an. Nein, eins zu viel. Mhm. Mhm. Das ist ja bei Halloween. Schocki ist ja Halloween. Mhm. Hundis habe ich noch genug. So. Next. Please. Äh... Tasse. Okay. Hundis zwei. Avocado. Okay. Avocados. Drucken, bitte. Bitte, bitte, bitte. Druck die Avocados. So, dann... Dann habe ich dann noch... Okay. Die Tassen brauche ich auch nochmal. Die... Schocki-Tassen. Schocki-Tassen. Und jetzt weiß ich die... Weitere. Nein. Doch. Hä? Okay. Verwirrt. Kaffee-Tassen. Käschhoki-Tassen. So. Schokolade rein. Auf. Weiter. Nächstes... Häckchen. Neun Hundis. So. Dann hier Schokolade rein. Backen. Aha, aha, aha. Eine Avocadio und sechs Hundis. Und eine Schokolade rein. Verpacken. Hier. Einen Tag mache ich jetzt wirklich noch und dann ist wirklich Feierabend. Mit. Dann mache ich das allerhöchstens noch privat. Ein bisschen rum. Experimentieren mit dem Sticker-Farm da. So. Wai. De Witzka. Drei Hunde. Wie viel Eis habe ich? Okay, 16 Eis habe ich noch. Kriege ich das noch hin? Schoki. Rein. Tschüss. Verpacken. Verpacken. So. Denn. Zwei Avocados. Zwei Eis. Und zwei Paar. Schokolade. 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 Ahundi. Ahundi. Ahschoki. Achschoki. Ja. Gut. Verschicken. So. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao, ciao.